Wenn es bei mir nicht so lecken würde, wäre das gar kein Problem. Ja gut, dann hauen wir lieber ab. Aber nö. Okay, dann packe ich mal noch zwei Bandagen da mit rein. Okay, los. Raus oder in die nächste? Rechts rein in die nächste. Naja, wenn, dann gehen wir jetzt auf volles Risiko. Alter. Ey, Mann, ich glaube, ich habe durchgehend acht Frames, Alter. Da ist ein Zombie drin, ne? Ja, tötet ihn. Alter, fick dich doch ins Knie. Von hinten, viele. Lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Okay. Ich habe nur noch wenig Muni. Ja, okay, warte. Alter. Du bist schon wieder. Kannst du dich jetzt mal einkriegen, bitte? Ey, das nervt sowas von. Ich verstehe, da kann überhaupt kein Spielspaß aufkommen, Mann. Ja, wie gesagt. Weißt du, das ist nochmal komplett schließen. Oh, nee, dann muss ich mich ja wieder ausloggen und wieder einloggen und dort dann wieder zehn Jahre. Ja, lass rausgehen und das machen. Können wir mal, können wir... Ja, wenn, dann looten wir jetzt hier noch. Wir können ja auch danach nochmal rein. Aber in der Select, dann haben wir keine Chance. Also, raus. Schnell rennen, dann Zombies. Nein. Nein, wir machen die jetzt noch ganz entspannt hier. Wir müssen hier mal raus. Der Hammer. Oh Gott. Wie viele sind's? Ja, einige. Ich weiß einfach, warum loot ist alles und ich renne schon mal raus. Ja, lass dann raus jetzt hier, dann restart ich gleich mal. Ja, und let's go raus hier. Dann fahren wir ein Stück weg. Mini. Holy moly, ist das nerven nach Erfremden, das Spiel. Ja, who's in the Humvee, Ed? Hey, Mann. Na, du hast hier den Motor wirklich angelassen. Äh, Auto oder? Ja, ich nehme jetzt erstmal kurz das Auto. Welche, welche, ist deins voll? Du hast eine Chance, Hallo. Äh, jetzt schlägt jetzt von mir mich erstmal da raus, oder was? Calm down. Du hast ein Abfall. Ich bin sorry. Ich bin extrem sorry. Es wird nicht wieder passieren. Bitte vergeben mich. Bitte. 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 Aber ich sollte vielleicht ein anderes Quad nehmen, weil das ist schon fast ganz wichtig. Ich werde stoppen. Alter, wie es geht, Mann. Es geht ja... Es war ein sehr anderes Ding vor uns. Was, fahr mal rückwärts, Lukas, fahr mal rückwärts. Rückwärts. Stiff weg, warte. Ich lässt mir die Katze an mir da nicht. Alter, Mann, ey. Das Auto ist übrigens kaputt fast, ne? Nein. Das sieht ihm fast so aus. Nee, das sieht immer so aus. So, Alter, jetzt ohne Witz mal. Ich glaube, ich jetzt aus. Mach mal. Und... Disconnect. Exit. Ich schaff, dass ich Steam im Hintergrund nicht schließen kann. Ich kann schon irgendwas, Mann. Nee, nee, das liegt nicht. Apple Mobile. Ach du Scheiße. Wenn mein Typ schon zittert, wenn ich in die EGS-Perspektive gehe. Okay. Ähm, das ist nicht gut. Ich brauche... Vielleicht werden wir nochmal in die Krankenschutzung gehen. Aber ich glaube, da wird das nicht so schnell was spawnen, oder? Na, dann musst du einen Painkiller nehmen. Painkiller? Hm. Dann haben wir keine Angst mehr. So, hoffentlich lächst es jetzt nicht so rum. Ich stelle ich die Grafik einfach auf einen Very Low. Was ist los, Katze? Ah, ja. So, ich komme hier auf den Aufnahmeklopf, wenn ich mich hier so drehe. Prost, Mann. Boah, ich dachte gerade, ich fliege einen Heli lang, aber was ist denn die Bälle? Boah, die Katze ist schlecht in Laune, Alter. Ah, Mann, zwei Operation Error, hat keine Rückmeldung. Das ist ja schon mal sehr gut. Überhaupt, ich werde es nicht erschossen, wenn ich hier so mitten in der Pampa stehe. Bei mir hat der Server eine Pink von 10.000. Nee, jetzt hat er eine von 29. Ah, schön. Oh, ist das ja schön, so eine Probleme zu haben. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Ah, du wurdest gekickt. Client North Responding. Ja, ich logg mich jetzt gerade nur ein. Ich bräuchte eigentlich mal was zu trinken. Im Spiel? Nee, jetzt so. Hol dir noch was. Ja, mach ich auch. Aber logg dich aus. Wolltest du? Lieber. Oder warte. Oder warte, bis ich komme, dann setze ich dich mit ins Auto und dann fahre ich uns zum RFL oder so. Na, zu spät. Dann lass, dann lass, achso, bist schon ausgelaufen. Ja, ich hole mal was zu trinken. Ja, mach es gleich. Ach ja. Na, süße Katze, du. Du süße kleine Katze, du. Ja, wir haben nämlich Katzenbabys bekommen. Ja, und jetzt, die kümmere ich mich. Ach ja, ich bin Leo, ich hole mir was zu trinken, weil ich hab hier's Binden im Kopf. So, Lukas, bist du auf dem Server wieder? Hi, Lukas ist auch afkar, okay. Hast du schon das neue Peatsmeet-Video gesehen? Nee. Nicht mehr lange? Ich sehe sieben. Ja, ich weiß. Geil. Oh, ich freu mich drauf, Mann. So. Alright, bist du wieder auf dem Server? Ich bin gerade bei Resilving. Okay, ich bin wieder drauf. Du, 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 WXH, wo es killt. Also, einen Bloodpack bräuchte ich, glaube ich, demnächst mal. Ja, ist okay, kann ich dir geben. Habe ich drei Stück. Drei Stück, okay, dann passt das. Das trinken sollte ich dann, wenn die fast leer ist, die Flasche. Ah, da bist du, okay. Willst du mir jetzt einen geben, Lukas? Ah, warte. Ich mach nur noch schnell den Engine out und get out. So. Ja, wo bist du? Warte, ich gucke mal zu lehnen. Ja, ich skipp dir da. Können wir auch wieder reingehen, oder nicht? Ja, aber Leute, warum kann ich jetzt schon wieder keins geben? Ach Gott. Hast du überhaupt wirklich eins? Ja. Also, dir kann ich ja nicht eine geben. Geht jetzt, oder was? Ja, kriegst eins. Oh, nice. Oh, ist das schön. Es ist so geil, Alter, wenn alles wieder Farbe ist, ey. Ich hab's im Rucksack gehabt. Achso. Du brauchst keins, ne? Nö. Oh, du hast noch so einen Mini-Rucksack. Ich hab schon so einen riesigen. Ich weiß. So, dann würde ich jetzt sagen, nochmal rein, wa? Erstmal ins Krankenlager, würde ich sagen. Jo. Ich weiß nicht, ob wir nochmal den Zähnen zählten wollen, oder nicht. Hast du das gerade, warte mal. Hast du das gerade gehört, was da runtergesprungen ist? Die Katze, wa? Alter. Ist das ein Biest, ey. Wollen wir da jetzt einfach mal mit dem Kord reinballern? Können wir machen. Ich baller da, wir ballern da jetzt mit dem Kord rein. Bei Katzen können wir natürlich hohen Höhen. Naja, aber nur wenn sie einen Schwanz haben. Hab ich schon erzählt, in Kroatien schneiden die. Haben wir gesehen. Haben die ja so eine Katzenplage, und da schneiden die den Katzen den Schwanz einfach ab. Und dann sterben die irgendwann, wenn die irgendwo aus großer Höhe runterfallen. Was machen sie denn das? Hm? Dann können sie die Katzen gleich erschlagen, das ist ja viel. Das machen die Jugendlichen, da ist ein Freizeitvertrag. Alter. Alter, ich spiele das Spiel auf Low, Mann. Das geht ja gar nicht. Leute, das Quartier ist sofort im Arsch, Mann. Ich weiß. Die Zombies reagieren gar nicht. Okay. Dann halt nicht. Leute, da ist ein Zombie drin gespawnt. Ja, dann töte den doch schnell. Ich stell mal eben kurz auf Normal um. Guck, vielleicht hat mein Typ jetzt auch seine Waffe hier. Scheiß Arzt. Was haben wir jetzt hier nochmal gesucht? Aber ich glaube, hier ist... Low. Achso, ich glaube, hier ist jetzt nichts gespawnt in der kurzen Zeit. Nee, glaube ich auch nicht, aber man könnte ja mal nachgucken. Dann lass die beiden anderen. Harte mal. Ja, dann ist aber in den anderen Sachen auch nichts gespawnt. Ähm, soll ich dich mal heiden? Ja, mach mal ruhig. Low, warum nimmst du denn deine Waffe eigentlich nicht mit? Meine Waffe ist da nicht drin. Ähm, doch. Nein. Welche denn? Die M16A2 habe ich mir gerade mitgenommen. Die ist bei mir nicht drin. Doch. Wenn ich hier Open Assault Pack gehe, da ist die da nicht drin. Nein, du musst ja auch auf Gear gehen. Ach, lol. Hoppala. Ja, kann ich vielleicht meine Waffe haben? Ähm, ja, na klar. Oh, du hast ja schon eine, oder? Ja, ich wollte mir, ich nehme mir aber trotzdem noch eine zweite mit. Hier. Mach mal was. Okay, dann nimm dir alles, was du noch brauchst, weil ich heide dann jetzt den Body. Ich wüsste immer gerne, welche Munition ich dafür brauche. Ähm, die Stannach. Ah, ja. Und da war nämlich in einer der Baracken, war nämlich vorhin ganz viel Money für die. Oh, jetzt braucht man so ein Headshot und so ein Huntingknife eigentlich. Wie die Watchbau. Komm hier mit drauf, schnell, komm hier schnell mit drauf. Dann fahr ich uns schnell da drüber zu dem anderen. Ja. Wie auf meins mit drauf. Aber ich hatte da übrigens einmal zwei Bandagen gefunden. Es kann sein, dass da wieder was gespawnt ist. Ich weiß nicht, dass wenn ich hier nicht spawnen würde. Alter, das wär fett. Und raus. Wow, alter. Warum läufst denn meine A&R? Okay, ich lauf immer rechts alles ab. Ich komm hier wirklich nicht rein. Okay, ich scheint da jetzt nicht hier rein zu kommen. Leute, hier liegt eine M14 Aim. Ah, hier haben wir oder wie das? Wo? Wo, wo? Das ist ein Sniper, glaube ich, oder sowas. In welchem Zelt denn bitte? Hier. Hier ist eine geile Aussage. Hier, nicht? Stehe doch. Ja, okay, ja. Ich hab jetzt keine Nummer für die Zelte. Sorry. Was denn das ist? Das ist ein Sniper? Ja, das ist eine halbautomatische Waffe. So, geil. Das ist ein Zombie drinnen. Cool, jetzt hab ich auch zwei DMR. Jetzt hab ich nämlich zwei Waffen. Hä? Wo? Ja, nein, eine im Rucksack. Oh, lol. Der hat mich durch die Wand. Fick dich. Lol, ich bin... Ich glaube, jetzt krieg ich den Hitmarker. Hitmarker? Wir sind ja nicht in Call of Duty. Äh, fuck ja. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich wieder gehen. Dann können wir jetzt noch die Baraken absuchen. Und die anderen, ich wollte ja nur eine Zweitwaffe haben. Wie hier immer... Renate Launch, wenn man hier liegt. Oh, da ist ein Zombie. Waaah. Lol, ich finde, der Zombie ist da vorne einfach. Weil mir wirklich nie Baraken... Ich finde die Baraken immer extrem gefährlich, Lukas, ehrlich gesagt. Na, dann hauen wir rein. Ja, reinhauen. Das finde ich auch besser. Ich lauf mal, glaube ich. Ich hätte was anderes... Runtergehittet. Ja, ich weiß, ich schlage ihn runter. Okay, ja, dann renne ich jetzt auch. Ja, Katze, du musst noch 10 Sekunden warten, bis ich da draußen bin. Dann kann ich dich rauslassen. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu lenken, Alter. Ich kann mich jetzt nicht alle 5 Minuten ausloggen. Ach.